Hallo ihr Lieben, hier ist die Andrea von Stempel & Co. und es gibt heute eine Grußkarte, eine Kombination mit Sachen aus dem Mini-Katalog, noch erhältlich, ja, unsere farbenfrohe Freude und ganz neues Set, die Herzenspost. Ich hatte im letzten Live eine Karte gemacht mit den Bordüren, mit den Basic Bordüren und habe eben erzählt, dass man mit der einen Stanzform so schöne Wolken machen kann und da kam die Nachfrage, ich soll es doch bitte mal zeigen, wie ich das meine und habe euch heute eine Karte mit Wolken gemacht und zwar mit diesen Stanzformen hier. Ich zeige es euch, ich habe nämlich ein bisschen was vorbereitet. Das ist mein Materialkit, ihr seht, man braucht heute gar nicht viel. Eine ganz normale Basic Grundkarte in 21,14,8 bei 10,5 mittig gefalzt, unsere Grundkarte. Einen Aufleger, auf den wir das Ganze dann aufsetzen, unsere Wolken und unsere Dekoration, hatte Maße von 10 cm mal 14,3, also ich habe 5 mm abgezogen zur Grundkarte hin und hier habe ich Reststreifen genommen. Ja, verschiedene Höhen, einfach was man so in seinem Restbox, je nachdem wo ihr es aufbewahrt habt und habe mir hier mit der Stanzform die Wolken ausgestanzt, ja. Ihr legt sie euch einfach ein bisschen verschieden, so haben wir verschiedene Anordnungen und die kommen jetzt dann auf unsere Karte. Also ihr seht, das sind auch verschiedene Höhen, aber die kann man schön so übereinander stapeln, dass es uns einfach gefällt und passt. Und wie das funktioniert, zeige ich euch. Bedeutet, wir holen unseren Aufleger und unsere Wolken, die wir ausgekurbelt haben. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, wie ihr die legen wollt. Das wird einfach ein bisschen ausgetestet, wie es uns gefällt. Die haben 10 cm, sind die gleich zugeschnitten und dann können wir sie so legen, wenn wir wollen. Wenn ihr die dann in der richtigen Anordnung habt, ich glaube, ich lege fast die drüber, genau, dann kleben wir auf. Und aufkleben tun wir folgendermaßen. Durch den, dass wir sie ja immer verschieden anordnen wollen, nehmen wir das Kleinste zuerst, was unten hinkommt. Und hier wird nur Kleber, nehmt Flüssigkleber, können wir noch ein bisschen schieben, an der Unterkante aufgebracht. Die legen wir uns jetzt bündig auf und kleben sie uns an. Flüssigkleber, weil wir eben noch ein bisschen hin und her bewegen können. Schaut, dass es hier bündig ist und die Seiten natürlich auch. einfach passend schieben. Und dann haben wir schon die erste Reihe aufgeklebt. Jetzt kommt die zweite Reihe und hier machen wir es genauso. Auch nur am unteren Rand. Dann nehmt es euch in die Hand und wenn ihr das so abknickt, könnt ihr es schön dahinter schieben. Und jetzt müsst ihr gucken, dass ihr rechts und links natürlich gleich seid. Und jetzt schiebt es euch so weit, wie es nach unten geht, ja. Oder so weit, wie es ihr eben haben wollt. Sagen wir mal so. Und jetzt kommt unser letztes. Auch hier unten. Und hier können wir aber gleich rechts und links auch noch ein bisschen machen. Mehr noch nicht. Alles andere kann man später, wenn er braucht, aber braucht er eigentlich nicht. Und jetzt das gleiche Spiel. Wir knicken es uns weg. Legen es uns an. Am besten passend. Nicht so wie bei mir. Das heißt, ich habe gekleckert. Ich nehme es gleich nochmal mit weg. Und schiebe es mir einfach so, wie ich möchte. Und vor allem rechts und links muss es passen. Und wenn man natürlich schon mal abgelegt hat, ist das blöd zum Schieben. Notfalls kann man hier auch noch ein bisschen nachschneiden. Aber ich habe hier gekleckert. Das muss ich als erstes einmal entfernen. Also einfach so einen kleinen Reststreifen. Und dann habe ich noch einen Kleberadierer. Ihr seht, man kann noch so gut aufpassen. Und es ist immer der Vorführeffekt. Muss erst noch trocknen. Voll gekleckst. Egal. Und da ich da so gekleckst habe, konnte ich natürlich auch nicht mehr passend schieben. Das heißt, ich schneide mir einfach hier den Millimeter ab. Und ihr seht, es passiert auch mir. Ja, keiner ist perfekt. Ich hätte das Video nochmal neu starten können. Aber nein, ihr sollt ruhig sehen, dass es auch mir immer mal wieder passiert. So. Jetzt kommt später natürlich unsere Herzenspost passend. Das setzen wir uns auf, wenn wir wollen. Aber als allererstes müssen wir uns um den Regenbogen kümmern. Den habe ich hier in verschiedenen Gelbtönen ausgestanzt. Und hier in verschiedenen Rosatönen. So. Und den möchte ich natürlich hier haben. Und durch den, dass wir nicht angeklebt haben, können wir schön drunter schieben, wo man es gerade braucht. Und jetzt versuche ich natürlich erst einmal anzulegen, ob es mir auch gefällt, bevor ich klebe. Sucht euch den passenden Platz. Und ich sehe gerade, ich habe da oben gekleckst. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen ausbügeln, indem ich da den Regenbogen drüber gehen lasse. Schaffe ich nicht. Ein bisschen vielleicht. Aber da muss ich gucken, ob es passt. Das wird eng. Ne, das radiere ich mir später wieder ab. Das heißt, ich fange beim Kleinen an. Es passt mir so hier unten. Ich nehme es raus. Und arbeite hier auch mit Flüssigkleber. Aber wirklich nur so punktuell. Und stecke mir das jetzt hier einfach unten drunter. Und drücke es mir an. Das mache ich jetzt, bis der ganze Regenbogen klebt. Entweder kommt zu viel oder zu wenig. Darunter schieben. Festhalten. Andrücken. Meine Klecks kann ich vielleicht noch überstempeln. Ich muss dann mal gucken. Und immer gleich wieder andrücken. Und ein letztes. Und hier seht ihr, habe ich das Ganze aus Designpapier ausgestanzt. Bin ich hier natürlich ultra knapp am Rand. Aber es klappt. Und andrücken. So. Den haben wir. Und jetzt habe ich mir aus dem Farbenfreue Freude, aus dem Set, die kleinen Herzchen geholt. Das sind die Stanzformen. Mit dem habe ich den Regenbogen eben ausgestanzt in verschiedenen Farben. Und jetzt hole ich mir diese kleinen Herzen. Die passen ja. Herzensposten passt super. Und jetzt versuche ich erst noch mal, ob ich hier oben noch mal radieren kann. Oder ob ich wirklich zu bald war. Stemple ich jetzt ein Herzchen drüber, in der Hoffnung, dass es dann besser ist. So. Ich habe jetzt hier mir Wassermelone ausgesucht und setze hier jetzt einfach nur ein paar Herzchen auf. Ganz vorsichtig. Es ist schließlich alles schon geklebt, dass wir hier keinen Unfall haben. Ich lasse es jetzt erst mal. Wenn ich noch was brauche, kann ich immer noch machen. Und jetzt klebe ich mir hier zum Beispiel noch ein bisschen an. einfach hochheben und nur punktuell ein bisschen Flüssigkleber, weil mir haben ja die Seiten noch nicht geklebt. Drücke ich mir einfach mit dem Falzbein ein bisschen an, dass es schön hält. Aber mehr braucht es da auch gar nicht. So, dann habe ich mir Grüße aus der Fahne, auch aus dem Regenbogenstempelset, gestempelt und mit dem Set, mit dem Stanzset von der Herzenspost. Hier ist die Herzenspost. Moment, es blendet gerade so. Mit der Stanzform ausgekurbelt und hier einmal den Hintergrund und einmal mit Glitzerpapier die Schrift. Und das ist das Sternpelset, das im neuen Katalog ab dem 3. Mai zu haben ist. So. Ich finde es immer gut, wenn man Neues mit Alben kombinieren kann. Was heißt Alben? Es gibt es ja noch. Der Regenbogen ist ja noch bis Juni, also im Juni noch erhältlich aus dem Mini-Katalog. Also hier schnell zuschlagen, wenn ihr ihn noch nicht habt, weil man einfach das Set für ganz viele verschiedene Projekte verwenden kann. So, hier diesen schmalen Spruch klebe ich mir auf Dimensionals aufgeklebt hier unten an und auch die Herzenspost nehme ich die Mini-Dimensionals und klebe die Milch hier hinten auf. Drei Stück reichen. Komme ich oben drauf. Auspassen, dass es richtig rum ist. Das wäre es jetzt noch gewesen. Passt, das Ganze. Ich glaube, ich brauche auch keine Herzchen mehr. Das heißt, ich nehme mein Stempelkissen und packe es weg. Und das Ganze kommt jetzt auf meine Grundkarte. Klebe ich mit Flüssigkleber auf. Könnt ihr auch mit Dimensionals aufkleben. wie ihr wollt, was euch einfach am liebsten ist. Aufkleben, andrücken und dann einfach die Grundkarte noch falzen. Falz haben wir ja schon vorgezogen. Das heißt, ich knickse mir einfach und falze mir das Ganze nach. So. Das heißt, wir haben es einmal in Rosatönen Pink und einmal in Gelb. Schnelle Karten passen für ganz viele verschiedene Anlässe und ihr seht, man kann die Bouturen super toll einsetzen. Sei es als Abschluss für eine Karre, als Dekoration hier für Wolken ideal geeignet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Schenkt mir ein Abo. Ich freue mich immer sehr. Und dann sehen wir uns am Donnerstag beim Live-Basteln wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.